Ein Phonon ist die elementare Anregung des elastischen Feldes in der Festkörperphysik beschreiben Phononen elementare bzw. kollektive Anregungen der Gitterschwingungen eines Festkörpers und können als bosonische Quasiteilchen verstanden werden. Der Begriff Phonon wurde in Analogie zu den Schwingungsquanten des elektromagnetischen Feldes den Photonen gewählt und zum ersten Mal von J. E. Frenkel 1932 in seinem Buch Wave Mechanics Elementary Theory verwendet. Nachweist die Phononendispersion D. H. Der Zusammenhang zwischen Energie und Impuls der Gitterschwingungen kann durch die inelastische Neutronenstreuung, die unelastische Röntgenstreuung sowie durch die hochauflösende Elektronenenergieverlustspektroskopie untersucht werden. Phononen mit kleinem Impuls D. H. im Zentrum der Brillauerzone können durch Raman-Infrarotspektroskopie oder Brillauerstreuung nachgewiesen werden.